Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um unsere starren Rollenführungen und warum wir keine exzentrischen Achsen für die Führungsrollen verwenden. Unsere Rollenböcke bestehen aus einer hochfesten, gegossenen Leichtmetallregierung, wobei die großen Ausführungen aus einer geschweißten Stahlkonstruktion gefertigt sind. Die Rollenführungen wurden für Gegengewichte und Jochführungen sowie für Kabinen mit Seil- oder Hydraulikantrieb entwickelt. Als Besonderheit bieten wir auch die Fahrkorbrollenführungen mit Laufrollen aus Aluminiumkern an. Durch den Einsatz verschiedener Materialien und unterschiedlicher Abmessungen können unsere starren Rollenführungen sowohl für kleine leichte als auch für schwere Anlagen eingesetzt werden. Zur Auslegung einer passenden Rollenführung für eure Aufzuganlage benötigen wir Parameter wie Belastung auf die Schiene, am besten eine Schienenberechnung, Förderhöhe und Geschwindigkeit der Anlage sowie Schienentyp bzw. Schienenkopf. Uns wird oft die Frage gestellt, wie verstelle ich die Rollen? Die seitlichen Führungsrollen besitzen bei unseren Standardrollenführungen keine Exzenter, sondern Langlöcher zum Verschieben der Rollen, um diese an die jeweilige Schienenkopfbreite anzupassen. Mit einem Exzenter besteht die Gefahr, dass die Rollen zu stark gegen die Schiene gedrückt werden, was leider sehr häufig vorkommt. Dadurch werden die Rollen im Betrieb dauerhaft beschädigt. Bei der Montage sollte darauf geachtet werden, dass sich die Rollen noch per Hand drehen lassen. So ist sichergestellt, dass die Rollen verlässlich funktionieren. Kennt ihr das Problem, abgeplattete Fahrkopfrollen? Mit uns passiert euch das nicht. Wir setzen bei unseren Rollen ausschließlich auf Vulkulan, da es das geringste Setzverhalten aller hochbelastbaren Elastomere hat. Darüber hinaus hat Vulkulan einen geringen Rollwiderstand, ist geräuscharm, schwingungsdämpfend und hat eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit. Gegenüber Fetten und Ölen ist es beständig und somit ideal für den Einsatz im Aufzugbau geeignet. Die Anschlussmaße für die Befestigung unserer Rollenführung sind so gewählt, dass ein problemloser Austausch mit vergleichbaren und gängigen Rollenführungen oder Gleitführungen gegeben ist. Der Vorteil der Rollenführung gegenüber einer Gleitführung Die Rollenführung ist ohne Schmierung bei höheren Geschwindigkeiten einsetzbar und dadurch wird kein Schienenöler oder Ölauffangbehälter benötigt. Alle verbauten Rollen sind selbstverständlich als Ersatz einbaufertig mit eingepresster Achse erhältlich, was die Montagezeit vor Ort erheblich reduziert. Mögliche Schäden am Kugellager durch den Umbau werden dadurch vermieden. Um die passenden Rollen zu finden, kontaktiert uns direkt oder schaut in unseren Webshop. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis. Wir haben für die Rollenführung 3D-Zeichnungen und verschiedene Konstruktionspfeils, die einfach in Ihre Planung eingefügt werden können. Dies bedeutet eine erhebliche Erleichterung für Konstrukteure bei Ihrer Planung. Mit speziellen Anforderungen bitten wir Euch, auf uns zuzukommen. Wir beraten Euch sehr gerne. Hiermit sind wir schon wieder am Ende des Videos. Ich bedanke mich bei Euch für das Interesse. Bis zum nächsten Mal. Aber schon wie jetzt gerade, dass auch ein bisschen Zähne zu sehen sind oder so. Du freust Dich ja auf die, dass Du sie bald wieder siehst. Und uns zwei. So wie so. Ich habe es gar kaputt gemacht. Okay. Wir probieren es? Ja. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis. Wir haben für die Rollenführung 3D-Zeichnungen und verschiedene Konstruktionspfeils. wood-Zeichnungen. Dimension.